Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, ich darf Sie sehr herzlich im Namen der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit und der hessischen Karl-Hermann-Flach-Stiftung zu unserer heutigen Diskussionsveranstaltung unter dem Titel Das Ende des Industriestandortes Deutschland begrüßen. Und ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, zwei sehr kompetente und interessante Gesprächspartner für unsere Veranstaltung zu gewinnen und möchte diese zunächst auch sehr herzlich willkommen heißen. Es freut mich sehr, dass der frühere Bundeswirtschaftsminister und ehemalige Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Klement, heute Abend bei uns ist. Sehr geehrter Herr Klement, seien Sie uns herzlich willkommen. Ein ebenso herzlicher Willkommensgruß geht an den hessischen Minister für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung, Herrn Florian Rentsch. Herr Minister, herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute am Ballen sind. Wir wollen uns heute Abend unter anderem der Frage widmen, wie es denn um den Industriestandort Deutschland bestellt ist. Die öffentlichen Debatten vermitteln hier mitunter einen zwiespältigen Eindruck. Gibt es ein Imageproblem? Hat sich der Hoffnungsträger des Mittelstandes zum Schmuddelkind des Wohlstandes gewandelt? Vernachlässigen wir den Industriesektor? Oder brauchen wir hier gar eine neue Wirtschaftspolitik? Über diese Fragen sprechen wir heute gemeinsam mit unseren beiden Diskutanten und natürlich mit Ihnen. Und damit dieses Gespräch gut verläuft, ist es immer wichtig, eine ebenso kompetente wie erfahrene Moderatorin an die Seite der Referenten zu setzen. Und ich glaube, mit Fug und Recht behaupten zu dürfen, dass uns das mit der freien Wirtschaftsjournalistin, Frau Dr. Ursula Weidenfeld aus Potsdam, ihres Zeichens unter anderem Preisträgerin des Karl-Heimann-Flach-Preises und des Ludwig-Erhard-Preises für Wirtschaftshublizistik, auch gelungen ist. In diesem Sinne, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie bei uns sind, Frau Dr. Weidenfeld. Ja, liebe Gäste, der heutige Abend ist auch ein Teil der Fortschrittsinitiative Zukunft gestalten, die die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in diesem Jahr ins Leben gerufen hat. Dahinter steckt die Auffassung, dass Wohlstand und individuelle Chancen immer wieder neu erarbeitet werden müssen. Es gilt, Deutschland braucht Fortschritt zur Schaffung von Zukunftschancen und Freiheitsräumen für alle, zur Wahrung und Mehrung unseres Wohlstandes, zur Lösung zahlreicher Aufgaben, die für uns als Gesellschaft stehen. Die Initiative beschäftigt sich unter anderem mit den Themen soziale Marktwirtschaft als Erfolgsmodell für Deutschland, Fortschritt, der neue Chancen zum Beispiel durch liberale Bildungs- und Forschungspolitik bietet, mit Leuchttürmen der Spitzenforschung, aber auch mit Bürgerpartizipation, denn jeder kann zum Fortschritt beitragen. Sie werden in den nächsten Monaten neben dieser Veranstaltung noch zahlreiche weitere Stiftungsveranstaltungen aus diesem Spektrum im gesamten Bundesgebiet besuchen können und zu denen laden wir Sie heute schon sehr gerne ein. Und auch einladen möchte ich Sie zum Abschluss natürlich, sich an der Diskussion am Gespräch zu beteiligen. Wir werden nach ca. einer Stunde Diskussion auf dem Publikum, wie immer, auch Ihre Fragen und kurzen Wortbeiträge, Anregungen zur Sprache bringen und möchte allerdings noch darauf hinweisen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet wird. Das heißt, Sie haben die Möglichkeit, Sie in wenigen Tagen auch auf unserer Homepage nochmal nachzuschauen. Wenn es allerdings Menschen gibt unter Ihnen, die nicht Ihre Wortbeiträge aufgezeichnet wissen möchten, dann bitte ich Sie, das zu Beginn zu sagen, dass wir das entsprechend dann schneiden können. Ja, und da nicht alles zur Sprache gebracht werden kann in knapp 90 Minuten, laden wir Sie wie immer im Anschluss zu einem kleinen Get-Together ein, draußen in der Wandelhalle. Und nun freue ich mich auf einen interessanten, spannenden Diskussionsabend mit Ihnen, mit unseren Gästen auf dem Podium. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und darf das Wort an Frau Weidenfeld geben. Herzlichen Dank. Applaus